Mit dem Frühling kommt der Appetit. Es ist fertig! Und eine neue kulinarische Entdeckungstour mit Felicitas Teen. Ich bin sehr gespannt, was mich erwartet. Auf der Suche nach den besten Lebensmitteln Deutschlands. Ich hab noch nie so viele verschiedene Kartoffelsorten gesehen. Erlebt sie wieder spannende Geschichten. Und ich lerne heute, wie man aus einem Schwein eine Bratwurst macht. Gibt Insider-Tipps rund ums Kochen. Da fehlt noch ein Kräuter und zwar frische Minze. Und muss auch selber Hand anlegen. Dann wächst ich gar nichts. Dann musst du ein paar Käsebrote essen. Neue Herausforderungen. Ich hab noch nie einen Bildschirm zerlegt. Die besten regionalen Produkte. Aber so ein paar selbstgemachte, kann man sich schon mal in den. Und die leckersten Rezepte. Gut? Perfekt. Die Food Truckerin. Die neuen Folgen. Ab 24. April auf N24.